Willkommen beim Testbericht von Perfect Privacy VPN. Im nachfolgenden Video erkläre ich Ihnen, wie Sie mit Perfect Privacy VPN einfach und sicher im Internet surfen können. Mit einem Doppelklick auf das Perfect Privacy VPN Desktop-Icon wird der VPN-Client gestartet. Wenige Sekunden später steht der Client dann zur Verfügung. Direkt nach dem Start des Clients steht Ihnen eine Tabelle mit allen Perfect Privacy Servern zur Verfügung. Wählen Sie einfach einen Server mit genügend Bandbreite und klicken Sie auf den Stecker. Sobald die Verbindung erfolgt ist, wird Ihrem Rechner eine neue, öffentliche IP-Adresse zugewiesen und Ihre originale IP-Adresse wird verschleiert. Ihre gesamte Datenübertragung ist ab jetzt sicher verschlüsselt. Ein Hinweis unserer Redaktion. Klicken Sie auf den Server-Pingen-Button, um den Ping der jeweiligen Serverstandorte zu ermitteln. Die schnellste Internetverbindung erhalten Sie, wenn Sie den Server mit dem niedrigsten Ping-Wert nutzen. Der VPN-Client von Perfect Privacy bietet VPN-Profis viele Möglichkeiten, ihre Verbindung individuell zu konfigurieren. Zum Beispiel können Sie schnell und einfach zwischen den Verschlüsselungsprotokollen wechseln. Wir empfehlen die Nutzung des OpenVPN-Protokolls. Ein Hinweis unserer Redaktion. Unter dem Reiter Programmeinstellungen können Sie festlegen, wie und wann Ihr VPN-Client eine sichere Verbindung herstellen soll. Zum Beispiel können Sie einstellen, dass Ihr Rechner bereits beim Hochfahren automatisch eine VPN-Verbindung aufbaut. Unter Serverliste können Sie einstellen, nach welcher Spalte die Serverliste standardmäßig sortiert wird. Unter OpenVPN-Settings können Sie die Stärke der Verschlüsselung einstellen. Eine schwächere Verschlüsselung fordert von Ihrem Device weniger Rechenleistung und kann den Datendurchsatz deutlich erhöhen. Unter dem Reiter Firewall und DNS können Sie die Perfect Privacy interne Firewall nach Ihren Wünschen einstellen. Aktivieren Sie unbedingt die Firewall und den DNS-Leak-Schutz, um jederzeit anonym und sicher im Netz zu surfen. Der DNS-Leak-Schutz sorgt dafür, dass die Namensauflösung ausschließlich über Perfect Privacy-Server geschieht. Somit können Dritte nicht ermitteln, welche Webseite Sie besucht haben. Mit dem VPN-Client von Perfect Privacy können Sie bis zu vier Server hintereinander schalten. In der Fachsprache wird von einer kaskadierten Verbindung, Multi-Hop-VPN, gesprochen. Setzen Sie einfach den Haken bei Kaskadierung ermöglichen und stellen Sie die Anzahl der Server bzw. Knoten ein, die Sie für Ihre Verbindung nutzen möchten. Ist die Kaskadierung aktiv und die erste VPN-Verbindung aufgebaut, können Sie einfach auf ein weiteres Stecker-Symbol klicken, um die nächste Kaskade zu aktivieren. Die Reihenfolge der Server wird anhand der Zahlen dargestellt. Die Kaskadierung verschleiert Ihre IP-Adresse über bis zu vier VPN-Server und erschwert damit Ihre Rückverfolgung zusätzlich. Zusätzlich bietet die Perfect Privacy-Software Ihren Usern einen Stealth-VPN-Modus, um Internetzensur in Ländern wie der Türkei, China, Iran oder den Vereinigten Arabischen Emiraten zu umgehen. Neben der Windows-Version kann Perfect Privacy auch auf dem Mac- und Linux-Rechner verwendet werden. Außerdem können Sie den VPN-Client auf einem Smartphone und Tablet sowie zu Hause auf dem Router oder Spielekonsole nutzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung von Perfect Privacy VPN.